So Leute und willkommen zu einem neuen Video von Minecraft. Was spielen wir heute? Minecraft Scribble. Heute spielen wir Scribble.io mit dem Flow, mit der Easy, mit der Easy. Passt auf Leute, jetzt kommt eine Sache. Ihr denkt wahrscheinlich ich kenne mich damit nicht aus, aber ich kenne mich damit aus. Ballon? Ja! Ballon? Wurst! Ah, okay. Das war doch die Einführung. Wer nicht weiß wie Scribble funktioniert, eigentlich sollte man wissen wie Scribble funktioniert. Man muss praktisch... Okay, was habe ich hier? Hey, was ist das? Okay, wir haben ein paar Special Wörter, vielleicht kommentiert. Wer war ein Special Guest? Ich meine, hallo, ich bin Mitarbeiter. Erstmal! Wir haben auch Tops dabei, der nicht anwesend ist, okay. Das heißt, ich muss praktisch hier was zeichnen und ihr müsst es erraten, ja. Aber nur ich sehe das Wort, also der andere zieht das... Was ist das? Was ist das? Okay, vielleicht nicht so, oder? Ähm, ich mache es ein bisschen einfaches, so. Ähm... Hä? Das ist ein Löffel mit irgendwas drauf. Ja, mit was denn, so? Mit Senn? Das, was du früher als Kind immer gegessen hast, aber man nicht essen soll. Ja, jetzt hör auf mit diesen Extraerklärungen, das ist nicht gut. Habe ich schon geschrieben. Hä? Hä? Ich habe es. Ich habe es. Was ist denn eine Sandbank? Was? Leute, ist nicht eine Sandbank so auf einer Insel? Also... Ich habe nie gehört. Aber wieso machst du die Sand auf einen Löffel? Mach doch einen Strand oder was? Okay, jetzt kommt absolut Pro-Gamer. Ein... Okay, ein... Ein Wort, einen Bindestrich dazwischen, okay. Ui! Was ist das? Ruine. Ne, warte mal. Irgendwas mit Bindestrich. Hä? So easy! Komm schon! Achso! Nein, ich wollte doch malen! Ja, aber... Okay, wie Platz 3, ne? Ey, ich wollte das noch malen. Aber das ist richtig cool. Okay, okay. Oh mein Gott, das kennt ihr niemals. Das kennt ihr niemals. Mach ich das? Mach ich das? Nein, ich mach was, was ihr kennt. Okay, pass auf. Flo? Ich spreche kein Norddeutsch. Alright. Damit kennst du dich aus. Das hier... Ist ein UFO. Nein, du weißt, was ist das, oder? Ja, das ist kein UFO, das ist ein Sombrero. Hallo! Hallo! Necrigano! Was ist das? Ich weiß, ob ihr das nicht seht. Das ist halt so ein Ding hier, das... Ein Auto! Achso! Ein Car! Und was ist das, was da ist? Das Ding da. Hä? Das ist halt wirklich! Was ist das? Hä? Ich dachte kurz, sonst wäre es so eine Anhängergruppe. Ich hätte auch... Ich hätte auch kalte Wachsstreifen nehmen können. Hättest ihr das gekannt? Okay, jetzt... Jetzt kommt... Jetzt kommt maximal... Das Beste... Der Besten, okay? Ja, Julien ist der Auspuff bestimmt so eine richtig geile Abgasanlage... von repercussions von... Eigentliches von einem feudenden열jax? So... O-n-n-n-n-n-n-n-n! So... egal! Was machst du da? es gab ist ein strand und hier schwimmt der kleine topstrennen hier steht der kleine topst und der braucht hilfe nein dann kommt der der große und starke julian und wirft ihn das ding zu ja er wird ihm ein david haselhoff zu nein was ist das so wie es das was man sich um finger auf gibt wenn du eine frau heiraten willst dann gibt ich habe fast was ich floh geholt das ist pink das muss ich sein es ist schwer ok warte 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 was ist das ist das ein ufo warte mal ist das ein haus ich weiß was es ist ich weiß was es ist aber ich weiß nicht was es heißt ich weiß was es ist das ist das ist das ist das als fans gegen zombies ding ist oh mein gott oh 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 mein gott oh mein gott alter jetzt kommt das ist ein insider das war schon ewig gemacht also wirklich wirklich hättest du dich einfach ein herz malen können es war halt immer es war immer topstrennen schwein ja es ist immer immer topstrennen schwein immer topstrennen schwein okay so es gibt zwei seiten und wie du führst ihr so ich meine die da ja ja ich hab noch recht geschockt und da ich bin okay ähm das bin ich das bist du nicht doch das bin ich ne das topst wo musst du ne rissin kommt ne rissin kommt ne rissin kommt ne rissin kommt okay ey warum ist topst goku von dragonball heisst du so der super saiyan typ heisst du ganz topst wird super saiyan super saiyan topst weint warum hat sie im golfschläger ins gesicht gehauen ja freut sich weint für freude aber warum ne es geht nicht um das es geht um das und das was das das noch so machen naja ok jetzt macht es vielleicht ein bisschen haare schneiden ne fast es geht um um an sich das rote das das orange haare ja das mein vorsprung jetzt haha steht aber es war richtig lucky von mir so äh 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 okay das wäre richtig schwer aber wir sind richtig knapp wir sind richtig knapp äh 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 es ist so 50 punkte von mir okay was ist das das Harry Potter eine note eine note oder ein Rollstuhl ein Rollstuhl ist jetzt der Tops drauf ne und da üb drauf also aber nicht irgendwie dass es sich das eine es sind beide Rächer hinter dem Stuhl gell oder ne ist das wer ist das das kommt der Schweine er hat so graue Haare ey ich versuche es gut zu machen hm also ne warte mal aber wir denken äh es ist ne Person äh es ist ein Name einer Person T ich weiß es ich habe es im A5 gedacht wegen Rollstuhl aber ich war mir nicht sicher und dann hat er hier easy aid das mache ich damit du es rausfindest äh dann hat er hier almost easy fast oh mein Gott okay und dann und nur so hä wie schreibe ich das denn weißt du was ich meine probier es einfach anders ja ja wie anders ja 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 rip ja mit nein ok ich bin vorne ich bin vorne hunde 4 der runde der fort der runde ok äh mache ich dir richtig gut für Grim hoffst du eigentlich jeden Fall streben ok 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 ich weiß nicht es gibt ja auch Leute die mit v äh steigen hast oder ok ok was ist das ein Rollwagen ein Roller ja ein Roller wow 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 ne ne du jetzt streben müssen doch beide nara pum 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 ah ok warte mal ok äh ok ich sollte noch nicht mal meine Gedanken so einfach sagen warte mal ähm ich weiß jetzt nicht ob das 100% das richtige ist aber es sollte schon passen oder ähm ich soll so ne Gedanken nicht äh äh sagen wir das so so und das ist das eine Flasche ähm sagen wir das ist da ist Almdudler drinnen also ok haben wir Almdudler also wenn wir das Zeichen sollen so äh und ähm ähm da ist sowas drauf äh äh etikett so ähm ich war mal nicht 100% nicht sicher ob das es war aber warte ha also nicht schlecht denke ich hätte halt wirklich so ne bar plus code machen müssen ok ja äh das ist wieder richtig ok warte mal ich werde es wieder entschweiden ok grau nein 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 ich mach diesmal was warte mal ok actually mach ich es ganz gut warte warte äh steckdose hm Kabel ja und dann jetzt kommt der wichtige Teil der ausschlaggebende Teil der ausschlag vielleicht äh warte mal Wasser verschüttet verschüttet und dann gibt's warte mal Strom ja und was passiert dann und dann und wenn es das gibt dann passiert ein Stromausfall ja warte mal du bist gar nicht so also die geht kaputt hä was geht kaputt uh um was geht es genau um die Lampe nein um äh um das äh es ist nicht unbedingt ok ich habe es völlig ein bisschen verwirrt gemacht aber äh es kann auch passieren wenn du was falsch ansteckst äh warte mal warte mal wie heißt es wer ist es wer ist es ähm ich weiß es nicht mit u mit z gib 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 ja 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 ihr habt schon ein ok es ist ein es war ein Synonym wahrscheinlich ich weiß wie ich besser machen kann was ist es was ist es also kurz los ja ich war knapp dran ja klappt dran Okay, letzte Runde. Okay, okay, okay. Okay. Das ist einfach. Wieso hab ich immer so einfache Wörter? Okay. Das hier. Ist ein Kreis. Aber dann gibt es so Schichten. So. Holz. Baum. Und darum geht's. Das da. Baum. Inneres. Wie heißt das? Baumsamen. Achso, warte mal. Hä, was? Das ist nicht mal ein Baum, oder? Nein, das ist kein Baum. Was sieht denn daran wie ein Baum aus? Ich dachte, du bist ein Baumrinder, wie alt der ist. Was siehst du an den Ringern? Du musst gar nicht so schlecht machen. Du musst den Stein machen. Dein? Ja, ja, ja. Ich dachte, da ist Lava. Okay, wer hat gewonnen? Hä, es gibt noch was. Ah, ich hab noch was. Hier, komm noch mal dran, glaub ich. Okay, ähm. So, okay. So, also, ähm. So. Hier sind's. So. Und. Das ist das schon wieder. Das sieht aus wie ein Bergfluss. Das ist ein Bergfluss. Das ist ein Bergfluss. Okay. So. Und bam. Das ist wie Paint hier, so. Du wie Paint. So. Was soll denn das sein? Der fliegende Holländer. Warte, 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 warte. Oh nein. So, oder? Yes. So. So. Und. Äh. Wo fliegt das? So. Wo fliegt das? Oh mein Gott. Oh Gott. Okay, ja. Ich wollte so ein Steamschiff. Ist das nicht so ein Steamschiff? Ich hab noch eins. Ich hab noch eins. Steampunk, ja. Oh mein Gott. So soll ich das machen? Ja, auf geht's. Ah, einmal geht noch. Ah, auf geht's. Was ist das? Grün. Das ist ein guter Kollege. Den ihr alle kennen sollt. Äh, Topps? Hä, warte mal. Hä? Hä? Dick und fett ist es nicht? Hä? Wo bist du im Übel? Hä? Hä? Hä, wo geht's denn jetzt? Hä, warte mal. Hä, es geht, es geht, es geht. So. Und der? Weil ich muss das wirklich verdeutlichen. Hä? So. Der hat dann. Dumm, ja dumm. 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 Okay, warte. So. Ja, ich wollte es erkennen können. Äh. Dumm. Hä, was ist das? Käse? Stop. Jetzt. Jetzt ist es Ralf, äh, Dings. Die. Aaaaah. Hast du es? Äh. Hä? Hä? Oh my god. Aber was kann man noch sagen, äh, das machst du, wenn du, wenn du einen Monat lang weniger ist, als du normal bist. Was? Ja, was macht man da? Ha. Ha. Ich hab sogar... Warte mal. Ich war so richtig knapp am Flo. Ja, ich will jetzt auch sagen, was war's mit der Folge. Wo war's? Lass dir ein Like und darüber. Ähm. Ja, äh, aktiviert die Glocke für mehr als Scribble und schreibt in den Kommentaren, was ihr von Scribble. Hey, die und jomei. Ich sag, lass den Lägen überall und tschau. 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 Tschau.